Film in High Definition Alter, was ist denn hier los? Ja, keine Ahnung. Keiner da. Ja, und hier soll ich heute Abend meinen Auftritt machen? Ja, das wird schon. Du gehst dich erst mal stylen und ich mach Soundcheck. Und das wird schon. Ja, bis gleich. Hey, was ist los? Was geht denn ab? Seit Stunden fahren wir sinnlos durch die Stadt. Kein Schwein auf der Straße. Ich hab die Scheiße satt. Wo ist denn der Laden, der ne Party macht? Mit Musik, die ist so lieb. Mit nem Sound, den ich so brauch. Mit nem Beat, der uns verschiebt. Hey Mr. DJ, komm spiel unser Lied. Hey Mr. DJ, ich brauch's laut. So lange, bis der Bass durch die Decke haut. Hey Mr. DJ, gib uns was aufs Ohr. Und der ganze Laden springt im Chor. Das geht lauter. Das geht lauter. Mit unserem Beat. Mit unserem Beat. Evis Presley hätte diesen Song geliebt. Und wir schreiben jede Pfeile an die Wände. Wir lassen uns so treiben und klatschen in die Hände. Zur Musik, die ist so lieb. Zu dem Sound, den ich so brauch. Zu dem Beat, der uns verschiebt. Hey Mr. DJ, wir haben dich so lieb. Hey Mr. DJ, ich brauch's laut. So lange, bis der Bass durch die Decke haut. Hey Mr. DJ, gib uns was aufs Ohr. Und der ganze Laden springt im Chor. Party Day Show! Und jetzt alle! Eskalation! Das geht lauter. Das geht lauter. Hey Mr. DJ, die neue Hit-Single von Mia Julia. Ab 24. Januar. Als MP3-Download in deinem Favorite-Store. Und jetzt alle! Ja! Jaa! Das geht lauter. Das geht lauter. Party Day Show! Und jetzt alle! Feieralarm! Boah, siehst du, doch noch einen geilen Laden gefunden. Wow, echt geil! Auf jetzt, Feierabend, gehen wir! Sag mal, sag mal! Sag mal, sag mal!